Feiern bis der Doktor kommt. Trotz steigender Corona-Zahlen ausgelassene Party in Köln. Allerdings mit Schutzkonzept. Nur Geimpfte und Genesene dürfen in die Feierzonen in der Altstadt. Ich glaube nicht, dass das ein Superspread-Event wird, weil wir wurden gründlich kontrolliert. Corona habe ich keine Angst. Ich bin geimpft. Wenn das so weitergeht mit 2G, dann sollte das gut klappen. Leute, lasst euch impfen. Können wir Karneval feiern. Da geht's drum. Weniger optimistisch die Kanzlerin. Merkel betont, jeder Mensch sei verpflichtet, zum Schutz der Gesellschaft beizutragen. Man denkt, durch die Impfung ist das Thema vorbei. Aber wir haben so viel Ungeimpfte, dass es eben nicht vorbei ist. Und dass wir wieder achten müssen, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Merkel berät nächsten Donnerstag mit den Ministerpräsidenten über einen einheitlichen Kurs für den Winter. Der sächsische Landeschef Kretschmer schließt einen erneuten Lockdown inzwischen nicht mehr aus. Auch für Weihnachtsmärkte sieht Kretschmer schwarz und wirbt für Absagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir alle mit einem ruhigen Gewissen und mit einer Freude auf einem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken, während in den Krankenhäusern über die Belastungsgrenze hinweg gearbeitet wird. Kretschmer warnt vor einer humanitären Katastrophe und fordert, Arbeitgeber sollten den Impfstatus von Beschäftigten abfragen und Tests verlangen dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017